Hallo aus dem Andon Ryokan in Tokio, das ist in der Nähe von der Station Minowa, was sehr verkehrskünstig liegt, also man hat hier Anschluss an die U-Bahn, an die JR, an den Toden nach Ikebukuro und man hat auch einen Bus, also verkehrskünstig eine super Lage, man kann überall hin, also zum Beispiel man kann mit dem Zug, man kann den Bus nehmen, man kann alles, also das ist wirklich verkehrskünstig super gelegen. Was mir hier sehr gut gefällt, dass das Hotel auch sehr viele Aktivitäten macht, man kann zum Beispiel an einer Tee-Zeremonie teilnehmen oder Origami-Zeremonie teilnehmen, außerdem hat es immer Internet, gratis, es hat zwei Internetstationen zur Verfügung und man kann den ganzen Tag, wenn man Lust hat, Kaffee, grünen Tee trinken, das ist auch alles dabei hier. Und das Personal ist sehr freundlich, es sind drei junge Damen, ganz nett, Ryoko, Yuka und Kaiosan, die ganz nette Mädchen, die einem immer behilflich sind. Und auch die Chefin ist sehr gut. Und was es im Hotel auch gibt, es gibt ein Jacuzzi und man kann sich einschreiben und das ist wie ein japanisches Bad, man kann es genießen nach einem langen, schwierigen, sagen wir mal ermüdenden Reisetag, kann man sich dort ausspannen. Die Zimmer sind sehr sauber, die Rüche, die Bettwäsche, die Handtücher werden immer ausgewässert, also wirklich super. Und gutes Frühstück, wenn man Lust hat. Man kann natürlich auch ein Fahrrad mieten und die Umgebung erkunden, das ist wirklich sehr gut gelegen. Man kann zu Fuß nach Asakusa zum Tempel laufen oder man kann nach Oeno zum Markt laufen. Das ist alles in Reichweite ca. zu Fuß 20 bis 30 Minuten mit dem Fahrrad noch weniger. Also ich kann das anderen Rüeach bestens empfehlen und wünsche allen viel Spaß hier. Tschüss, Sayonara. Tschüss, Sayonara. Tschüss, Sayonara.